Ihr habt noch acht Wochen bis zum Vortanzen. Ballett Academy sucht nur eine. Das ist eure große Chance. Enttäuscht euch nicht. Der Körper eines Tänzers ist ein Werkzeug. Es dient etwas Größerem. Absoluter Schönheit und Perfektion. Willkommen zu Battleland! Unsere After Hour! Was ist denn das hier eigentlich? Battleland ist auf jeden Fall der perfekte Ort zum Tanzen und Abhängen. Tanz doch einfach mal mit. Ich hab's nicht mal tanzen sehen. Naja, es war mein erstes Mal. Ich brauch mal nichts übersehen. Wie Strom. Der entsteht in deinem Bauch. Rauscht durch deinen ganzen Körper. Und dann explodiert er aus dir heraus. Das ist Tanzen. Mache dann das alles irgendwie ganz anders. Hier glüht dann alles. Ey Mann, die Tigers kommen! Die machen nächste Woche nur Dichchen. Suchen noch Leute für ihre neue Show, Mann! Du und ich. Als Du. Hast Du Bock? Du wirst ganz sicher nicht mit irgendwelchen Breakdancern durch die Welt reisen. Ich kann nicht mehr zurück ins Ballet. Ich will Hip Hop machen, das weiß ich. Ich werde nicht zulassen, dass du das jetzt einfach so hin wirst. Ey, man schafft alles was man will. Let's go! Christian, wir kriegen das hin, okay? Das Ballet ist eine Familie. Wirklichkeit hast. Du bist so hart. Du bist so hart. Du bist ganz sicher nicht. Und du denkst. Du bist so hart, oder? Du bist so hart.